Wir sind die Geister Die Mann ist voll Die Mann ist voll Wir sind die Geister Mit dem Wicht Auf der Tränen Die Mann ist voll Wir sind vorbei In der Wagenbie Let's go Letztes meiner Zeit Ich fühl mich richtig geil Oh, ich bin zu sehr aus Da sind wir Und hier ist ihr Veranstalter Jörg Schlosser Wir feiern heute Für Toleranz und Frieden Und für den Unzweck Ja, und dafür setzen wir uns so was von ein heute Abend Warte schön Herzlich Willkommen Und für den 15 E-Skala Tanz und Verwenden Schönen Abend Wie gefällt dir die Party? Bis jetzt sehr gut Die Schwimmel ist super Vor allem die Leifex Die sind die Leute Die sind die Leute Die sind die Leute Wie gefällt dir? Wie gefällt dir? Ja, wie gefällt dir? Wie gefällt dir? Auch sehr gut Was verkaufst du denn? Deine Jungfräulichkeit? Leider nicht Leider nicht Leider nicht Leider nicht Ich geh nicht raus Ich steh einmal mehr Als ich falle auf Mach mich nicht mehr klar Aber wenn die dabei ist beim Loven, klar Ja Vieres Mal sind wir schon hier Und es ist immer super Und es ist immer so lustig Hit the road, Jack! Du machst so gerne Charities Du bist hier auch Ich glaub, so oft wie ich jetzt hier war Warst du auch jedes Mal fast da Ja, ja, ich mache gerne Charities Wo die Leute mich auch gefallen Und irgendwie so zum Badischen Und der macht das immer so Dass die Leute mitwirken Und haben eine gute Zeit Er macht das toll Das stimmt Silvia Wollny und Joey Heinle Haben abgesackt Wegen diesen ganzen Umständen Ich sag nur Terrorgefahr Paris Und so, was sagst du dazu? Das ist ja lächerlich, ne? Was ich mich gefragt habe Warum hast du nicht Ich will always love you gesungen? Weil es gerade heute Ja, ich finde es schon sehr, sehr traurig Das Lied Also wenn ich so Konzerte mache Dann ist klar Nach zwei Stunden Dann hat man auch Zeit Diese Nummer zu machen Wenn ich hier natürlich So einen Gastauftritt mache Von vier, fünf Liedern Finde ich zum Ende One moment in time Irgendwie passender Bist du nur wegen mir hier? Natürlich Bist du nur dieses Jahr wieder? Auf jeden Fall Wir haben ein Date Machen wir ja Dass ich nicht schaffen kann Eine Kerze Was für eine Kerze? Eine romantische Kerze Haben wir doch Haben wir doch Ich glaub der Joey Die hat sich das Plakat nur teilweise durchgelesen Der hat gelesen Terror Hat aber Tucken nicht gelesen Und dann hat er Angst gekriegt Das sind schwule Terroristen vorhanden Das geht los Herzlich willkommen Die Terror Tucken Was war ihr Highlight? Die Tucken Die Tucken Genau Terror Tucken Der Tuck Tuck Ja die Terror Tucken Und ich warte noch auf Markus Ja auch Der kommt auch Ich hab ihn schon gesehen Backstage Super Ich hab mal in Verona Im Amphitheater gespielt Das war sehr eindrucksvoll In einer lauschigen Sommernacht Wovor hast du mehr Angst? Vor Terroranschlägen oder den Terror Tucken? Also definitiv vor den Terror Tucken Das sind so viele Kinder Das sind so viele Kinder Ich finde du warst stets bemüht in Anforderungen gerecht zu werden Aber abgesehen von dir war die Ikena bis jetzt die beste vom Programm her Und wie läufts? Ist jetzt ganz gut Ungefähr rüffelvoll Zählst du dich gerne für einen guten Zweck? Ja Also immer dann wenn es um Möglichkeiten gibt es dann auf jeden Fall Ja 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 Mit dir bin ich Vielen Dank unseren beiden Moderatoren Annamie Kraftschacht Annamie Kraftschacht Und Nico Schwanz Dankeschön Runter Heute dreht sich ja alles um den Fashion Week Fashion Week